Das Thema Cyber-Security muss das Top-Thema Nummer eins sein in der digitalen Welt. Und das bedeutet, ich muss mich zwingend austauschen. So in terms of what kinds of attacks you can protect against best, it depends. Cyber-Sicherheit lebt von grenzüberschreitenden Themen, das Internet ist grenzüberschreitend. Nur wenn ich weiß, wie Angreifer vorgehen, kann ich mich effektiv vor ihnen schützen. The problem is, six months later, the bad guys figure out a way around it. We need to connect everything more and more and more. But if you do that, you're vulnerable. One of the most complex things to do in Cyber-Security is to be able to quantify the risk. You can't eliminate risk. The only way we're going to solve this problem is by working together. Und wo, wenn nicht auf so einer Plattform, wenn die Entscheider zusammensitzen. I think that conferences like Command Control are crucial for organizations now. Das ist kein Format, wo man sagt, man macht das einmal. Sondern im Regelfall sind das Dinge, die man wirklich jährlich oder sogar halbjährlich machen könnte. It's very, very progressive and I would encourage others to attend this conference in the future. Weil hier in diesem Konzept auch die richtigen Personen miteinander zusammenkommen. Das sind die Entscheidungsträger, die diesen Cyber-Bereich sehr, sehr wichtig nehmen und sich auf diese Situation vorbereiten wollen. gt. Das ist die Habe. Ganz oben. Da kommt nach intimate warten. Neh une Abente. E İnsan. Dafür wir cheval. Johnson sizanstüres.